hallo ihr lieben und lieben und natürlich auch ein hallo an den rest willkommen zu einer neuen champion vorstellung bei raid legends und zwar name die rückkehrerin war sie der terminator in raid shadow legends was tun wir wir wollen in diesem free to play account und namama näher angucken ihr seht es schon level 66 sterne ich habe sie fast vollständig mit masteries ausgebildet habe sie in verschiedenen dungeons getestet am clan was natürlich getestet wo sie immer hoch gelobt wird und genau diese kleinen eindrücke will ich mit euch teilen bitte nicht vergessen ihr lieben das hier ist ein free to play account sie ist also nicht vollständig gebuckt aber jeden einen eindruck gerne interessiert bleibt dran und schaut euch das video an ihr lieben kommen wir einmal zur norma rückkehrerin so sie ist ein unterstützer held von der fraktion ritter wiedergeburt und der infinity blau also magie lp finde ich ziemlich cool angriff unterstützung ist halt ne basiert aber sozusagen auf den der mit multiplikatoren von angriff ist okay ja sie ist gar nicht so doll für den angriff da zeige ich aber gleich warum in meinen augen die fans ist okay geschwindigkeit mit 100 ist schon mal ziemlich cool ne wie war das und der rest so lala wer sagt denn das noch mal egal also der rest ist normal der skin sieht doch ziemlich cool aus also ich finde den ist einer mit der besten im spiel und jetzt ihr seht ihr hier diese diese blutkugeln ich dachte man das wäre irgendwie ein lead champ oder sonst irgendwas würde ja dazu passen gibt ja auch jetzt den wunderschönen neuen held und die schattenwesen und zwar gamuran und hier gamurans hand ist auch so ein roter blut kristall blub magiekrams dings also nur mal so das heißt also sie benutzen sozusagen auch den skin aber auch gamuran hat keine lead schwähigkeit und sowas aber egal wir kommen schnell mal zurück zu unserer der bier geburt namer auf der a1 greift ein gegner mit einer chance von 40 prozent an also einmal angriff bietet 40 prozent chance drei zufällige die bachs um eine runde zu verlängern das ganze auf 60 prozent sparen habe ich probiert funktioniert ab und zu ja komme ich gleich dazu wie zuverlässig das ganze ist zum beispiel am klaren boss na dann haben wir auf der a2 greift einen gegner an und bietet eine chance gebuckt von 100 prozent auf drei runden cd den angriffsverlänger zu verleihen das mal nicht nach an boss riecht und zudem heilt sie dann noch alle verbündeten um 15 prozent der maximalen lp dieses champions ich dafür den ganzen ein bisschen auf lp zu pushen und der kritische schaden steigert sich mit jedem gift debuff um zwei prozent wenn wir mal ein klaren boss denken das ist jetzt nur ein ausblick kann ja auch in anderen da man kann sie auch in anderen dann das einsetzen also mal angriffsverringer drauf den defense decrease die schwäche drauf sag ich mal einmal dann auch noch kommen wir gleich dazu und zwar hier auf der a3 gift empfindlichkeit da sind schon vier weg und dann noch mal um die liste voll zu machen irgendwie sechs gift debuffs ja da kann man schon mal zehn zwölf prozent dann noch mal auch von der a1 wo es a2 bitte entschuldigt den schaden steigern kann man auch mal wie sagt wenn man sie auf schaden spielt dann komme zu a3 das ist halt auch das interessante greift einen gegner an und bietet eine chance von gebuckt 100 prozent da jetzt 75 prozent für drei runden drei gift debuffs und einen 25 prozent gift empfindet jetzt die überhaupt zu verleihen das macht das ganze wenn man sich das anguckt es ist halt so dass die gift empfindlichkeit und gift dann auf vier runden cd ist sehr am klaren muss spielen so ist es nicht zeige ich auch gleich meine erfahrung und ansonsten haben wir noch eine aura gen von verbündeten in dungeons um 80 prozent und die ist gut ist sehr gut gerade für mich als free to player warum kann ich mal ganz kurz hier erläutern finde ich ist sie gut für mich als free to player auch wenn ich nama nicht gebuckt habe weil mir diese books ich sie lieber in draconia gesteckt habe und ninja jetzt zur zeit lassen wir das ist es so dass die 80 genauigkeit in dungeons alles ab dungeon level 20 zum beispiel drache kann man sie gut spielen ich spiele sie auch extrem angenehm sind warum weil man dann den gen der anderen kollegen wie accuracy die genauigkeit der anderen kollegen nicht so hoch pushen muss und daher in dungeons kommen wir mal zu meiner sagt man ja immer so schön ihr habt es von mir schon gehört ich habe meine holde meint nicht komplett gebuckt für den stats als free to player im mit game worauf habe ich sie gebracht ich spiele sie momentan am klaren boss daher auch der speed mit einer krieg wurde von 102 krit damage lassen wir mal weg und eine genauigkeit von 160 da liegt ein kleiner fehler vor ach so ich hatte sie ja noch mal umgebuckt guckst du dann noch mal genau weil ich spiele sie am brutal und am altraum klaren boss und da ist eine genauigkeit von 200 gesetzt das heißt also ich hatte sie jetzt gerade deswegen habe ich sie noch mal umgefüttet im relentless gear getestet um den damage output beim clan boss ein bisschen zu erhöhen oder um zu schauen ob das ganze funktioniert nicht so funktioniert wie ich das wollen würde aber auch dazu komme ich klar das heißt lp weiß wie man zwischen sagt kriegt man sie lockerst ja auf 40 k genauso wie die defense weil sie guten base defense hat von 1200 auch auf 3k was sie wie gesagt für dungeon super macht haben den angriff aufgrund dadurch dass sie eigentlich mitgenommen wird um gift zu deployen und die gift empfindlichkeit zu steigern und dann noch den attack decrease auf die gegner zu bringen also auf den boss zu bringen ist das für mich sozusagen nicht ganz so relevant also der angriff aber auch natürlich man kann sie voll auf angriff spielen ich auch probiert hat für mich aber nicht so den unterschied gemacht weil sie dann schneller umgekippt ist denn habe ich sie war mir das gift lieber als der an genau wenn ich sie in dungeons gespielt habe habe ich die geschwindigkeit über 200 gebracht ganz einfach alles dann schon 20 plus für mich auch von 15 bis 20 geschwindigkeit 170 180 und dann halt aufwärts habe ich alles über 200 gedrückt da wir gleich beim fitting sind ich komme gleich dazu hat sich das relentless gear für mich gelohnt relentless gear hat sich für mich am klaren boss nicht gelohnt sag ich gleich so wie es ist in den dungeons hatte ich das gefühl dass sie dadurch am endboss zum beispiel drache öfter am zug war und damit schneller ihr gift die pleutert warum ist es für mich interessant weil ich sie nicht komplett gebuckt habe ich habe sie gar nicht gebuckt heißt ich nehme die 75 prozent mit und die 40 prozent habe sie nicht gebuckt weil mir die bücher dort an anderen helden wie zum beispiel meiner draconia wichtiger waren würde ich sie als free to play booken das ist wichtig nein würde ich nicht und wenn ich darüber nachdenke wenn man sie zum beispiel im progress benutzen kann als early und mid gamer ist sie dann endgame relevant zum beispiel mit einem vier runden cd auf den a3 nein kann man machen wenn man dann quasi in den dungeons andere fähigkeiten spielt und die gift empfindlichkeit und gift dann erhöht plus ihre fähigkeit bei 60 prozent dann auch noch diese art von die buffs zu steigern auf dem boss kann man sie muss man ganz klar sagen ich habe es nicht gemacht die bücher war mir für was anderes wichtiger ihre fertigkeiten ja relativ einfach was habe ich bei den fertigkeiten gemacht da ist momentan am klar boss spiele bin ich den weg gegangen hier fehlt noch eine fertigkeit die baue ich noch aus viel fehlt nicht mehr der die fans und der offensive runter gegangen wichtig für den klaren boss ich habe ein lied drauf hole mir mit kriegsmeister sozusagen die lp wieder ich spiele sie nicht im vampire set man auch machen habe ich auch gemacht am anfang bevor ich den die touch hatte und ich habe sie quasi auf vergeltung und dann noch mal auf abwehr geskillt damit sie am klaren boss schön viel damage zusätzlich macht da ist mir mehr das gift wichtig gibt es für mich am klaren boss bessere champions oh ja gibt es wenn man sie nur mitnimmt und das habe ich jetzt festgestellt dass von meiner erfahrung für gift aber klaren boss kann man auch mal einzeln dazu dann gibt es definitiv bessere champions und da sie legendär ist und leggi bücher für uns free to player sowas von selten sind und dann lieber ein ich sag mal teilweise seltener champion genutzt werden kann bei dem es mir friert wer wird das wohl sein mit vorsicht zu genießen nahma noch mal ein guter champ deswegen habe ich sie auf level 60 gebracht und sechs sterne und alles drum und dran und natürlich auch die fähigkeiten ausgebaut macht am klaren boss zwischen fünf und sieben bei mir brutal oder albtraum weil sie halt im relentless ist zwischen fünf und sieben millionen damage richtig ist ich werde sie vom klaren muss wieder abziehen andere helden bringen dann wesentlich mehr ich sag mal frozen banshee ja auch einfacher für mich jetzt zu equipen sind und zu booken sind ja genau dann lasst uns noch mal ganz kurz über die variation rüber gehen mit der ich sie schon gespielt habe wie gesagt sie ist unterstützer hält worauf habe ich sie in den dungeons gebracht ich habe sie in den dungeon of speed gebracht ich wollte halt da ich sie nicht gemacht dass sie sehr schnell ran kommt und wieder am letzten boss sozusagen gift deployed und ich habe sie dann auf eine defense von 3000 einer lp von knappen 40 bis 45 k gebracht ja und ich sehe ich gerade eine gen banner könnte ich dann noch mal austauschen das komplett deswegen fehlt mir quasi das gen ich hatte das 16er ganz kurz umgeswitcht es ist das hier noch genau richtig ihr seht dann lande ich musste das mal ganz kurz aus woops dann lande ich bei den endstats die ich auch bei der ausrüstung wollte bei 240 gen ich hatte noch mal ganz kurz was probiert ganz kurz gezwitscht von den lp her macht da keinen unterschied hier sieht man der speed geht jetzt hoch 180 ist für mich am klaren muss immer noch völlig in ordnung wie sagt sie ist ja auch klar muss brutal und klar muss albtraum wichtig sie ist ja noch ein rentes gier ich nur mal ganz kurz mitgespielt passt aber soweit auch ich das relentless so wenn ich in den dungeons spiele wo ich dann auch bei den fähigkeiten auf ihre aura zurückgreifen nee brauche ich nicht muss ich nicht zwingend relentless gear benutzen wie gesagt ich hatte sie da auf speed und defense gebracht auch da hatte ich in zu dem teil halt crit quote und damage ignoriert sie ist jetzt nicht der damit stehler deswegen sondern hier geht es darum bring dein gift auf den boss immer wieder immer wieder ja genau so viel zu norma und den artefakten fähigkeiten und fertigkeiten und fertigkeiten vielleicht noch ein wort wie habe ich sie gespielt in den land und wie werde ich sie wieder um skill hier die unterstützer seite lang in dungeons werde ich unterstützer seite ran gehen werde hier hat die genauigkeit noch mal hochsetzen habe sie auch teilweise am doom tower bestimmten bossen am einsatz doom tower normal richtig tut aber normal und werde mich dann von der defensiv seite verabreden genau da bin ich dann den genauigkeitsweg gegangen und habe dann zwei sachen gemacht ich habe einmal versucht mit meister magier die laufzeit der debuffs zu erhöhen das heißt das bedeutet gift debuff erhöhen erhöhen und die gift empfindlichkeit erhöhen und bin dann noch auf das auge gegangen um halt die genauigkeit in den skills zu erhöhen auf 80 prozent bei gift gift debuff auf 80 prozent bei angriff verringern und auf 45 prozent weil ich sie nicht gebuckt habe auf eine chance den skills zu erhöhen oder besser sagt drei debuffs zu erhöhen auf der a1 ja das war mein bitte für die dungeons dann zeige ich euch noch mal wo ich sie gespielt habe wie ich sie dort gespielt habe wenn es euch näher interessiert wo ich sie spielen würde und natürlich wie sie an das funktioniert dann kommen wir zu ihrer in meinen augen meister kategorie wenn man sie nicht gerade bookt wie gesagt immer noch nur free to play ein bisschen aufpassen was macht man mit ihr die meister kategorie nein will ich nicht die meister kategorie für mich ist bei ihr dungeons 80 genauigkeit in allen dungeons wenn man sie als lied einsetzt ist natürlich phänomenal plus den hiel den sie hat plus gift an den endbossen und dann noch mal single target immer nur der angriffs verringer also wo kann man sie spielen findet die blau möchte ich noch mal erwähnen also ich habe sie natürlich in allen dungeons gespielt markana burgfried bis seelen burgfried magie burgfried und leeren burgfried habe ich sie auch im kraft burgfried gespielt zum schluss dann nicht mehr teilweise am anfang ja denn auch wenn die in findet die halt entgegengesetzt ist ist sie mit ihm hier und mit ihrem gift am ende relativ cool also man kann sie da spielen aber es gibt dann halt schnellere selbst im mit game sag ich mal wenn man angefangen hat in die anderen dungeons die level 20 zu reißen auch da braucht man sie nicht mal so wo kann man sie denn in den dungeons spielen die für uns noch so interessant sind dann was man so spinne habe ich sie gar nicht gespielt also spinne war für mich komplett aus dungeon labyrinth minotaurus klar logisch kann man sie spielen wenn man durch die wave kommt am ende bei minotaurus ist kann man da auch laufen kann man gleich mal ein lauf machen im feuerritterschloss habe ich sie gar nicht ich konnte sie dort nicht verwenden gerade später so level 18 19 20 oder stage 18 19 20 könnt ihr nennen wie ihr wollt hat sie mir gar nichts mehr gebracht sie ist ein single target angreifer und damit komme ich nicht mehr das schild und gift dann später auf dem feuerritter bringt mir nichts da spiele ich andere wo ich sie benutzt habe ist definitiv drachennest und ice golem hallo ihr lieben jetzt zeige ich euch noch ein ganz kurz mal den ice golem abschnitt 20 das heißt infinity vorteil hier magie champions bis auf magier der gruppe den ich eingesetzt habe ich spiele mal ganz kurz mit dem was wie hat das farbstoff gesagt glatzen du glatzen kombo bitte entschuldige ich sage dann natürlich kael apotheker und nahmach vorne mal als lied wollten wir das ganze mal nähe so nahmach als lied gerade mit der genauigkeit ist natürlich super komplett alle sag ich jetzt mal die buffs sollten sitzen wer wird fokussiert natürlich unser lieber magier und kael kael ist absolut wie sagt man squishy also er ist komplett auf damage gebaut und eigentlich so ein bisschen für die arena sieht man hier auch das heißt magier wird sehr oft umfallen er nicht würde ich sagen und dann hoffen wir mal dass narmer uns beim ice golem halt durch bringt man so wunderschön abo erhöht die geschwindigkeit und setzt noch den hier dass wir das ganze gut überleben ach mir jetzt eigentlich keine sorgen dass der lauf schlägt ist nur kein speedrun das ist wichtig das heißt wir arbeiten uns hier ganz gemütlich durch die waves ein bisschen gift und dann sehen wir uns am großen ice golem und seinen beiden freunden wieder so jetzt sind wir endlich am boss ihr hattet es gesehen ich habe das ganze so drei vierfache geschwindigkeit gemacht mal gestorben mal wieder auferstanden holt hier die leute ganz schön gut wieder also so ist es nicht jetzt schauen wir mal es ist wie gesagt kein speedrun wir werden jetzt hier nicht irgendwie ein zwei minuten laufen aber glaube für jemanden der im progress ist und sich dann freut selbst wenn der namen bekommt und sagt ich bin free to play ich kann sie nicht booken kann nichts machen hey hallo völlig in ordnung schauen wir mal hier weil ihr schnippelt schon wieder weg und namer macht gemütlich dann ihren gift damage und in dem fall noch das relentless gear wobei ich es getestet habe spielt drauf in dem speed gear wie gesagt alles über 200 kommt sie doppelt so schnell an nicht so squishy machen sollen ist übrigens ein gutes beispiel für wie stellt man ein team nicht zusammen egal ist ein test wer mal skr wieder ich spule mal vor bis was interessantes passiert so da ist das gift mal endlich rauf gekommen ne reihe von namer und auch gleich noch mal die die bar verlängerung von namer und den rest macht das team was ich im endeffekt noch damit zeigen will und ich lasse es dann noch mal in der schnell ansicht halt zu ende laufen was ich bloß damit zeigen will ist dass auch jemand der free to play ist keine ausrede hat wenn man den team sozusagen zusammen stellt für sich selber und ein bisschen auf die kombination achtet na von wiederbeleber von angriffsverringer von gift dann kann man auch die level 20 bosse wie jetzt hier schlagen ja sind jetzt keine zweieinhalb minuten mein gott aber ganz ehrlich das team wird wahrscheinlich sehr hoch stabil laufen sehr hoch stabil laufen das team wird stabil laufen das bedeutet dass man jetzt schon mein licht aus weil das heißt dass man hier auch ganz gemütlich ne vielleicht mit dem rsl helper so klick klick die nacht kommen lass die fünf minuten laufen ne und zack am nächsten morgen macht man auf ein cool 100 runs vielleicht ein zwei wenn überhaupt verluste und bin gut durch ne mehr wollte ich euch gar nicht zeigen dann lasst uns mal zum drachen schnubbeln wir kommen zum drachen drachen 20 infinity blau ne ihr seht mein team ich habe wieder das ganze zusammengestellt mit gorgon draconia ich liebe von draconia in au ist dann ne und ich habe übrigens noch mal den mass gewesen mit ein bisschen leech versehen ist egal abhoher dann kael wie sagt komplett squishy der fällt sofort um und nahe mal als lied reingesetzt dann lasst uns aber nicht im super raid auch gleich loslegen die plätze fertig und start und auch hier ganz kurz der einstieg was soll namen am drachen machen hilft gibt 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 und der rest ist mir egal sie sollen giften und fertig und speed und wiederbelebung und alles drum und dran da so soll das sein ich gebe dann mal durch bis zum also spule vor bis zum drachen und dann hören und reden wir uns später gleich so dann sind wir jetzt beim drachen 220 die zeit wie gesagt auch das hier ist kein speedrun darum geht es aber nicht jetzt kommen wir mal zu und normal normal soll eins tun sie soll entweder die debuffs auf dem lieben drachen verlängern oder da kommt er einmal gibt und die gibt empfindlichkeiten die pläuen und das hat nicht gereicht klar sie ist wie gesagt auch langsam 179 speedruners und im relentless weil ich sie am cb gespielt habe brutal und albtraum genau das ist ihre aufgabe mehr nicht ihr seht das them ist auf jeden fall free to play freundlich ich spiele free to play jetzt habe ich noch keinen euro in dem spiel ausgegeben es juckt aber manchmal in den fingern und alle helden also apotheker hatte ich ganz viel glück habe ich dann bekommen raconja bekommen als login wohnung gargore habe ich bekommen aber man kann immer variieren ihr seht also wiederbelebung hier geschwindigkeit die fans also unterstützung resistance und dann je nach boss ein oder zwei der mit stieler und man kommt auch durch level 20 sicher durch das team so wie es ist ihr seht das könnte ich wahrscheinlich hundert mal laufen lassen das würde nicht einmal daneben gehen dann warten wir jetzt noch die drei sekunden vier minuten brauchen mein gott wie gesagt soll ja auch kein speedrun sein sondern nur zeigen dass man so auch dann in den zwanziger level items farmen kann und mit dem items kann man sich dann wieder entwickeln für zum beispiel doom tower normal oder bessere sachen bessere mehr damage am cb gute sets was man immer auch so was haben wir denn hier spannendes gucken gleich mal nach ein defensiv schuld mit gen und def ja es ist zwar speed aber das war so zurück zur auswahl und zurück zu den dungeons wie sagt wo würde ich sie gar nicht spielen ich würde sie nicht am feuerrittern auch nicht an der spinnenhöhle spielen ansonsten seid ihr damit gut aufgehoben und dann noch die zwei kleinen sachen die ich erwähnt habe in der arena habe ich sie gar nicht gespielt habe ich einfach nicht ist zu wenig pressure zu wenig druck hat bei mir nichts aufgebaut ich spiele sie in der arena natürlich in der tag team arena weil da braucht man drei teams da setze ich sie ein meistens mit xavier weil die gift explosion macht falls jemand mal hartnäckig ist aber ansonsten spiele ich sie alles was pvp content angeht player was player gar nicht dann haben wir den turm des verderbens ich gebe mal an ich als free to play habe es geschafft ihn auch schwer zu spielen jetzt fange ich aber an zu scheitern auf normal wenn man sie bekommt kann man sie genauso wie ich es gezeigt habe auch wenn außer dass sie nicht im lied spielen kann weil sie hat dann quasi keine aura mehr von 80% kennen die zählt nur in dungeons kann man sie aber auch am anfang spielen und dann für bestimmte bosse benutzen zum beispiel hier bei dem lieben wunderschönen ups nicht beste teams angeben hier bei cool dort wo ich ihn halt spiele bei ninja und lp verbrennung funktioniert nicht ganz so gut jetzt habe ich aber xavier und dieses dreier wunderschöne team wie sagt normal nicht jetzt eine besonderheit da gibt es die sind schneller ja aber nur zur info so kann man sie im doentower auch in bestimmten content bei bestimmten bossen einsetzen und natürlich was haben wir noch anboss planboss auch mit ihr möglich in meinem aktuellen albtraum brutal klaren boss team zeige ich euch auch gerne nutzen eigentlich euch in zwei stunden und 30 minuten bleibt dran so ihr lieben und jetzt noch wie versprochen natürlich lieben und lieben und den rest jetzt noch mal wie versprochen ein eklaren boss szenario mit nammer der rückkehrerin so wie es mein aktuelles counter attack team relativ einfach ich kompliziert als lied habe ich dazu der gleichzeitig leech und ein bisschen angriffsverringeren rauben düppelt genauso wie namen die mit gift und angriffsverringeren rauf knatzt ein lieben schädel schmett der halt den counter attack auslöst wenn ja es ein monster wenn jetzt angefangen auch als free to play account die bücher reinzustecken lege bücher ist es lohnt sich echt enorm ja genau und dann noch mal für den standard oder für sämtliche remove dann wollen wir mal starten um euch zu zeigen was nahe mal so am klar wochen am boch anboss machen was ich jetzt gerade festgestellt habe ich nappi ich könnte jetzt das ganze unterbrechen tue ich aber nicht nahe mal läuft jetzt aus der rotation raus weil ich hatte gerade wieder das genban eingesetzt mit dem speed fällt mir gerade ein egal ja ob man das verdammt ist priesterin den es dann von hut dazu oder vom lieben schädel schmidt der ist gar nicht nötig hätte zurückzieht worum geht es oder was ist eigentlich die rolle von namen drei beim klang dafür ist sie wirklich prädestiniert würde natürlich muss ich ganz ehrlich sagen bevorzugen eine meinung wenn man sie bookt dann ist ihnen klaren morse monster ansonsten gibt es halt besser ich sag mal ich hatte es vorhin angedeutet eine frozen badgie zum beispiel die man einsetzen kann am klaren boss ja ist kein leg auch also keine lege bücher lässt sich einfacher booken einfacher equipment und macht hundertprozentig auch die 7 bis 11k damage die namen macht weil sie eigentlich für den gift hier da ist sie halt jetzt momentan auf 60 und habe andere aufgaben deswegen werde ich jetzt keinen anderen helden hochziehen bleiben aber bei namen so hat ist also ihre aufgabe hier beim klaren boss was sie tut ist einmal wenn es funktioniert auf der 1 aktuellen die buffs auf den anboss zu verlängern vorzugsweise wünsche ich mir dann immer halt der verringer und leech brauche ich um mein team am leben zu halten zweite aufgabe ist dann sozusagen das gift was man sieht schön gift deploy drauf mit gift empfindlichkeit um schaden zu machen deswegen ist sie hier jetzt auch im relentless gear das heißt also sie kann auch mal ruhig aus der rotation raus laufen und greift dann halt so an klar dritte aufgabe die dritte aufgabe ist der tech decrease den sie ab und zu mal setzt weil der bei hut dazu nicht kontinuierlich ist für die ersten beiden großen angriffe vom cb die vierte rolle ist dann auch noch der hiel den sie dann ab und zu machen mit noch mal mit gibt und so kommt die gruppe gruppe so grubbelt sich die gruppe dann schritt für schritt hoch jeder macht zu sein damit linie fällt sowieso außerhalb der norm aber passt da als free to player sage ich so wie es ist im mit game gesagt ich würde sie nicht gucken weil es andere legis gibt wie zum beispiel ninja oder draconia die einladen in den levels viel viel weiter nach vorn an mir aber vorstellen mit ihr gerne mal in die kommentare reinschreiben an alle leute die es auch free to play aber name auch gebuckt haben dass sie wenn sie alle drei runden den angriffsverringer zu 100 prozent setzt jeweils sozusagen vom ersten und zum zweiten großen aoe und wenn sie kontinuierlich dann gift und die gift empfindlichkeit progt dass sie dann am clan boss richtig viel schaden macht dann ist sie ein richtiges monster und würde vielleicht sogar falls jemand erfahrung hat gerne mal in die kommentare würde vielleicht sogar ninja vom schaden heraus was sie jetzt oben auch seht manchmal progt auch nicht der gift empfindlichkeit oder manchmal progt auch nicht der damage decrease so was so das ding lasse ich dann noch einfach weiterlaufen stell mal auf schnell vor wort und dann kommen wir am ende auch zum fazit so jetzt sollte der kampf bald vorbei sein und auch hier bei dem clan boss wer tipps und lust und laune hat gern in die kommentare helft mir ich habe schon überlegt hat unheilspriesterin rauszuschmeißen schildschmett als lied einzusetzen und dann mal rumzuspielen dass er den standard permanent frisst aber egal darum soll es jetzt nicht gehen es geht ja hier um und wie wir sehen liebe namen die rückkehrerin hat sieben millionen gemacht in jahr ist sehr früh raus diesmal geflogen wundert mich ein bisschen er macht immer so zwischen elf und zwölf millionen da muss ich noch mal schauen ob ich da nicht was falsch wieder rumgespielt habe an den items und ansonsten wie gesagt namen mit ihrem gift wenn das ganze wenn die gebucht ist glaube ich läuft sie auf zehn elf zwölf millionen der mit raus linja ist aber wenn wir zum beispiel mal die vergleich machen wesentlich variabler einsetzbar mit seinem direkten lp burn auslösen und mit seiner erhöhten schadensteigerung und mit seinen werten als namer wenn mich heute fragen würde wen würdest du booken ich würde immer nehmen oder drakonia oder sonst was also da würde ich mir die lg bücher ist aber meine persönliche meinung soße dann kommen wir doch einmal wenn wir jetzt nicht sondern noch mal zu den rändlichen schaum jungs wir rufen noch mal die namer in ihrer vollen schönheit auf kommen wir doch mal zum lohnt es sich sie auf jeden fall auf level 60 zu bringen und voll ausrüsten und die masterys zu machen und ja lohnt sich also da ist sie extrem flexibel einsetzbar wer halt den ninja verpasst hat oder was weiß ich wer keinen richtigen dd hat am damage dealer bitte entschuldigt an oder am base golem der kann sie mitnehmen wo können ich wie sagt tue es nicht da sind mir die bücher free to play echt zu schade und zu selten anstatt ich sie bekomme da stecke ich das rein was mich wirklich weit nach vorne treibt oder wo ich dann anderen content schaffe man kann sie wie sagt dungeons generell magie infinity außerhalb zum kraftburg fried mit einsetzen das ist kein problem ice golem wie gesagt drache und ansonsten der skin ist sehr schön ne würde mich mal interessieren wie ihr namer spielt wenn ihr sie habt ihr gesagt ich finde ziemlich wenig champion guides über sie jetzt auf deutsch auch wenn ich so ein bisschen bei youtube rum schmule schreibt doch einfach mal in die kommentare wenn ihr sie auch benutzen wie er sie benutzt wo er sie spielt speed schnell gen was weiß ich wofür ob er sie gebucht habt ob sie sich dann noch viel mehr lohnt ihr könnt ihr mal eure cb infos teilen ansonsten wenn euch das video gefallen hat ich würde mich freuen wenn ihr dem video einen daumen hoch gebt warum purer egomanie und selbstbefriedigung von meinem kopf her das ist massage nein wenn euch das video gefallen hat wenn ihr es mir gerne zeigen wenn wie gesagt kommentare gerne geben ihr könnt auch wenn ihr öfter so eine videos sehen wollt ein abo beim kanal da lassen ja warum weil dann sitzt ihr wie sagt man so schön gleich in der ersten reihe sollte ich ein neues video herausbringen dann sage ich bloß vielen lieben dank fürs zugucken und spielt fair spielt fein haut rein